Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3, ich bin die Miri und Geralt ist mal wieder in einem Gasthaus, es ist Nacht. In diesem Gasthaus am Scheideweg sollten wir uns nach diesem gewissen Hendrik erkunden, der angeblich Informationen darüber hat, wo Ciri gesehen wurde. Offenbar sind sie nicht hier, stattdessen sind hier so ein paar Männer von dem, offenbar von dem Baron, die ziemlich viel Ärger machen, ziemlich aggressiv sind und Hexer überhaupt nicht leiden können. Naja, aber hier ist so ein Bruno, mit dem wir reden können. Was ist denn los? Ach so, ist ein Auftrag? Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. In den alten Minen ist natürlich immer so eine Sache, ne? Nicht, dass das hier... Vielleicht, dass da irgendwelche Monster drin waren. Ich könnte mich der Sache annehmen, wenn du mehr zahlst. Ja, wir müssen nämlich unbedingt verhandeln. Hm, wie viel verlangen wir denn? Ich gehe einfach mal so hoch auf... 340. Was? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Was? Das gefällt ihm nicht? Das ist wohl zu viel. Dann vielleicht ein bisschen weniger. So 320. Das ist ein bisschen zu viel. Was? Also wirklich. Gehen wir runter auf 300. Okay. Das scheint es jetzt gewesen zu sein. Sehr schön. Na schön. Ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Also wenn er Kalbslederstiefel anhatte, dann bin ich mir nicht sicher, ob er die immer noch anhatte, wenn er gestorben ist. Na, ich meine, es sei denn, sie sind unter die Monster gekommen. Das kann natürlich gut sein. Naja. Okay. Gibt es hier denn irgendwas zu holen? Hier scheint es nur rauszugehen. Das vielleicht besagte Hintertür. Vielleicht können wir ja nochmal mit dem Wirt sprechen. Vielleicht können wir ja auch irgendwas von ihm abkaufen oder so. Apropos. Hat der vielleicht hier eine Kiste? Sieht nicht so aus, ne? Wir bräuchten mal irgendwie einen Ort, wo wir nämlich unsere Sachen loswerden können. Nee. Was hat er erzählt? In Irgendwie auf der anderen Seite der Berge soll der Typ sich befinden. Naja, egal. Ist vielleicht nicht so wichtig. Anluter werden wir jetzt. Sei gegrüßt. So, fragen wir doch mal nach dem blutigen Baron. Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznern? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt. und sie ausgehungert. Aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um. Und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen. Und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Aha. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Okay. Es ist natürlich interessant, wie er zu diesem Namen gekommen ist. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temeria, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein. Und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Aha. So ist das also. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Cool. Da können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Also. Ja, ich meine, wir haben noch ein bisschen was zu essen. Jetzt nicht übertrieben viel, aber immerhin. Wir könnten auch Gewinnkarten kaufen. Horn des Kommandanten. Neutrale Karte, Sonderkarte. Das klingt doch eigentlich gut. Das hätte ich gerne. Nilfgaard, Belagerungskarte. Naja, meinetwegen. Das hier ist eine Nahkampfkarte. Ja, warum nicht? Nausicaa, Kavallerie, Kavallerie, Brigade vielleicht? Nehmen wir mit. Und das hier, M-Hilfa, M-Reis. Anführer. Schau dir drei zufällig gewählte Karten aus der Hand deines Gegners an. Das klingt interessant. Aber die Frage ist, wollen wir jetzt 50 Gold dafür ausgeben, ne? Ich weiß nicht, ob man die noch anders bekommen würde. Wir nehmen sie jetzt trotzdem mal. Gut. Wir müssen ja besser werden in Gwind. Haben wir irgendwas anderes zu verkaufen? Ne, der nimmt nichts an. Gut. Wir probieren es erstmal so. Anderes Thema übrigens. Fällt mir gerade ein. Wir haben ja ein paar Sachen gefunden jetzt unterwegs. Vielleicht sollten wir uns mal anschauen, was das eigentlich genau war. Ich habe eine neue Gwindkarte erhalten. Ja. Danke für die Information. Das habe ich wohl bemerkt, dass ich eine neue Gwindkarte bekommen habe. Also, wir haben nämlich, glaube ich, ein neues Schwert gefunden. Glanz. Das ist ein Silberschwert. Ist aber nicht besser als mein jetziges. Aber gut zu wissen, dass man das hier auch gefunden hätte. Hm. Hier scheinen bisher keine besseren Waffen zu sein. Aber wir haben auch irgendeinen Gumbis-Sohn gefunden. Der Schatzjäger-Gumbis-Sohn, der aber auch offenbar nicht besser ist als der jetzige. Wie sieht der überhaupt aus? Oh Gott, im Himmel. Gott im Himmel. Gut. Tja, ich würde gerne eigentlich mal diese Klamotten loswerden. Die Nilfgardischen. Schade. Muss ich mir das jetzt echt antun hier? Muss ich das jetzt machen? Den Gwindkartensatz? Schaut mal, das Horn des Kommandanten, das kann ich ja jetzt hier wieder hinzufügen, ne? So. Und da haben wir halt überhaupt nicht genug Karten, um überhaupt damit zu spielen. Ich meine, selbst wenn ich die ganzen Sachen hier reinnehme, habe ich halt nur vier Karten irgendwie. Du gewinnst beim Unentschieden. Ach so, das sind die speziellen Fähigkeiten. Ziehe jedes Mal eine Karte, wenn du eine Runde gewinnst. Natürlich cool. Du bestimmst bei Kampfbeginn, wer anfängt. Klingt eigentlich auch ganz nett. Ich mache die mal hier rein, die Sachen. Ähm. Nach jeder Runde verbleibt eine zufällig ausgewählte Monster-Einheiten-Karte auf dem Schlachtfeld. Krass. Tja. Aber warum sollt ihr denn hier übrigens als Monster zählt? Das ist mir echt ein Rätsel. Hm. Das habe ich mir doch schon angeschaut. Warum wird denn das jetzt hier ewig angezeigt? Kann ich die Tutorials bitte nochmal ausschalten? Das macht mich wahnsinnig, dass der diese Tutorials nicht abschalten will. Optionen. Tutorial-Nachrichten aus. Gut. Ich brauche kein Tutorial. Jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Sehr gut. So. Weiteres Thema. Ich habe bemerkt, wir haben eine Charakterstufe noch zu vergeben. Und ich wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass diese Fähigkeiten tatsächlich aktiviert werden müssen. Damit sie gelten. Da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Ähm. Ich wäre nicht drauf gekommen. Naja. Äh. Ich würde, glaube ich, gerne den explodierenden Schild weiter verbessern. Und den auch gleich aktivieren. Das bringt mir natürlich jetzt hier nicht so viel mit den Boni. Also ich hatte halt gedacht, das wäre nur, um diese Boni hier zu bekommen. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche, dass die Fähigkeit überhaupt mal funktioniert. Schade. Jetzt weiß ich besser. Gut. Bring mal hier unter. Ist aber auch irgendwie ein komisches System, finde ich. Ich meine, warum kann ich die Sachen dann nicht permanent aktiviert haben, ne? Und wir können mal dieses normale Muttergen hier stattdessen einsetzen. Denn die speziellen Muttergenen hier mit der Mittagserscheinung, der Erscheinung und den Greifenmuttergenen, die kann ich ja auch in Absude umwandeln. Allerdings fehlt uns hier, glaube ich, noch ein bisschen was. Wir brauchen auch Ignatia-Blüten und Mutterkornsamen für die Mittagserscheinung. Für den Greifenabsud fehlt uns nur noch Zaunrübe. Und dann hatte ich doch noch irgendwas. Das normale Erscheinungsabsud habe ich noch gar nicht, ne? Nee. Gut. Tja, leider können wir immer noch keinen Katze-Trank herstellen. Vampiröl-Ginge. Und verfluchten Öl, aber wir haben ja keine Vampire hier. Also nicht notwendig. So. Jetzt haben wir mehr Informationen. Hm, ob wir mit denen reden sollten. Die sehen aber nicht so aus. Du stinkst nach toten Männern. Hau ab! Na gut, dann halt nicht. Hm. Ich überlege jetzt gerade ein bisschen, ob wir vielleicht einfach warten sollten bis zum nächsten Tag. Kann ich da irgendwie ran? Oh, Licht ausmachen. Toll. Bevor wir weitermachen, weil es mir jetzt einfach ein bisschen zu dunkel und unübersichtlich ist, dann würde ich mich nämlich vielleicht im Gasthaus mal kurz zum Meditieren begeben. Meditieren mal bis so drei Uhr. Das reicht mir. Ich will ja nur draußen ein bisschen was sehen, ne? Okay. Wobei er sagt, es ist immer noch Nacht, ne? Aber es wird schon heller. Man merkt es ja schon. Okay. Weiter geht's. Was machen wir heute? Also jetzt aktuell hat er ja automatisch irgendwie, oder was auch, warum auch immer, Scheiterhaufen statt Begräbnis ausgelöst. Es scheint auch so zu sein, dass ich diese Leichen jetzt noch nicht verbrannt habe. Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, aber anscheinend habe ich das missverstanden. Aber das können wir eigentlich jetzt schon mal machen, oder? Dann reiten wir da jetzt erstmal hin. Wir könnten auch hier oben anfangen. Uns dann hier runter bewegen. Vielleicht unterwegs noch dieses Fragezeichen mitnehmen. Dann hier und dann schauen wir uns das hier hinten an. So. Und dann gucken wir mal, wo es dann weitergeht. So. Plötze. Plötze steht brav hier. So. Ja, mach langsam, Plötze. Was steht er denn hier? Hü. Okay. Also, diese Richtung. Das sind ja keine Kräuter, die jetzt irgendwie interessant für mich sind, ne? Die haben wir ja alle schon gehabt. Weiter geht's. Querfällt ein in diese Richtung. Bestimmt eine super Idee. Da gibt's bestimmt einen Haufen Monster hier unterwegs. Wobei, es geht eigentlich. Bisher. Wo muss ich denn lang hier? Darunter. Das scheint der Ort zu sein. Und hier sind auch noch ein Haufen Nekrophagen. Ich seh schon. Gut. Dann nehmen wir uns mal unser Nekrophagenöl. Hier. Bestens vorbereitet natürlich. Und stürzen uns in den Kampf. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die Heilige Schule. Und ich brenne sie. Ach Gott, eh. Jawoll. Das war's. Offenbar. In Gule töten sind wir mittlerweile richtige Pros geworden. Hier ist Asche. Leider nur. Benutzen. Eine Prise, Igni. Muss ich das jetzt machen? Muss ich jetzt Igni auswählen? Ja? Probieren wir mal. Ah. Jawoll. So klappt das. Das habe ich beim letzten Mal einfach nicht verstanden, dass ich das so machen muss. Weil er das so gesagt hat, dachte ich, dass er das dann so schon tut. Gut. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Fläschchen. Zwergenschnaps. Das sieht mir nach einem explosiven Fass aus. Aber ansonsten... Nichts, oder? Gut. Zurück zu Plötze. Schöne Aussicht haben wir hier, ne? Sind das jetzt auch der Ort, an den ich hin möchte? Ja. Sieht ganz so aus. Also, geradeaus in diese Richtung. Oh, ich glaube, das sind Kräuter, die wir haben wollen hier. Die zwei Zahnblüten hier. Nehmen wir das noch mit. Und... Hier. So, dann ist es ja eigentlich nicht mehr so weit. Können wir ja einfach mal ein bisschen rüberspurten hier. Okay. Ja, das ist der Ort. Hier. Das müssen wir noch anzünden. Ach. Jawohl. Leichen verbrennen Teil 2. Ist hier sonst noch irgendwas zu holen? Sieht nicht so aus, ne? Ne. Okay. Plötze. Sehr gut. Da bist du ja schon. Äh. Bitte aufsteigen. Heya! 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 Ach, ist das schön mit dem Sonnenaufgang und so. Gefällt mir gut. Das einzige Problem ist, dass man gegen das Licht nicht so gut sieht. Aber... Wir müssen nah dran sein mittlerweile. Scheint irgendwie da weiter unten zu sein, ne? Würde ich jetzt mal meinen. Langsamer. Ja. Steigt mal bitte ab. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal kämpfen müssen. Also bitte einmal schützen. Oh, das war immer noch irgendwie. Das ist... Ich dachte, ich hätte Gwen ausgewählt. Naja. Wen wolle abschlachten wie ein Hund? Scheiße. Einer lebt noch. Ja. Gut. Den sind wir los. So, wo ist der letzte? Titus Giselas? Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen. Nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Was? Was? Wir reden... Der Priester des ewigen Feuers? Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fis-Tech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ah. Den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Ja, äh, was zur Hölle. Was ist denn das für ein Typ, ey? Gut, wir verbrennen erst mal die Leichen, ne? Eine Prise Igni. Dann einmal Igni auswählen. Verbrennen wir das hier auch nochmal. So. Gut. Dann müssen wir jetzt ja nur noch zum Priester des ewigen Feuers und ihn mal fragen, was das eigentlich sollte. Der wird sicherlich nicht begeistert sein, dass wir rausgefunden haben, dass er da mitverantwortlich für diese Leichen ist. Mann, Mann, Mann. Hier ist was los. Print-Taube? Auch was Neues hier. Gibt so viele Kräuter hier, ist der Wahnsinn. Tja, wie üblich ist nicht alles so, wie es scheint. Könnte man auch sagen. Was für ein merkwürdiger Typ. Sonst noch irgendwas? Kann man mit ihm nochmal reden? Was hast du vor, mein Bester? Mein Bester. Naja, ich meine, das ist ein... Immerhin auch ein FIS-Tech-Dealer. Ist jetzt nicht so, dass man jetzt großes Mitleid mit ihm haben muss, ne? Aber... Trotzdem. Mann, Mann, Mann. Tja, was machen wir jetzt? Jetzt direkt zum Priester zurück. Ich schau mal, wo der überhaupt sich auf der Karte auffällt. Nicht, dass es wieder sonst wo ist. Ja, es ist natürlich sonst wo. Das ist hier oben. Nee. Da gehen wir jetzt nicht hin. Eigentlich wollte ich mir ja auch dieses Fragezeichen antun, ne? Äh, nee. Ich schau mir erst mal an, was... Was... Level 33... Ist dieser vermisste Bruder? Das ist ja krass, ey. Das werden wir erst sehr viel später dann das machen. So viel ist schon mal sicher. Ja. Dann... Machen wir hier weiter. Mit dieser Geschichte. Wo ist das denn? Ah, das ist natürlich wieder ganz woanders, ne? Ja, gut. Aber das gibt uns natürlich die Möglichkeit, so ziemlich alles auf dem Weg vielleicht mal uns anzuschauen. Dann... Ja, machen wir jetzt hier hinten weiter. Ich meine, wir kommen sicherlich hier nochmal irgendwann hin. Wir könnten uns auch erst mal hier drum kümmern. So. Dann gehen wir vielleicht über die... Oh, boah, das ist wieder mitten auf dem Wasser. Da kommen wir ja wieder nicht hin, oder? Naja. Aber... Oh, hier ist noch ein kleines Städtchen offenbar. Oder wir galoppieren dann hier entlang. Wieder durch die Taverne am Scheideweg vorbei. Vielleicht gucken wir uns das hier auch noch an. Und gehen dann darüber. Das kommt mir wie ein sinnvoller Plan vor. Also. Erst mal auf hier rüber. Halsbrecherisches Tempo. Ja, nicht so schnell, Plötze. Ich sehe gerade nicht so richtig, wo ich lang muss. What the fuck. Also. Der Weg ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Ja. Können wir machen hier lang? Wow. Personen in Not. What is... Was ist los? Sklaventreiber. Ach, du Liebeswisschen. Okay. Ach, komm schon, Geralt. Oh Gott. Aus dem Weg? Wir brauchen mal dringend ein anderes Zeichen. Zuerst. Um Gottes Willen. Was ist denn das für Nilfgaardischer Deserteur mit Level 16? Ach, du Scheiße, Leute. Und noch einer davon. Alter, das ist zu viel für mich. Das ist viel zu viel. Können wir irgendwie abhauen? Los, renn, 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 Geralt. Würdest du jetzt bitte dich mal in diese Bewegung, diese Richtung bewegen? Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist vielleicht zu viel für uns, ne? Tja, dann müssen wir wohl den letzten Spielstand starten laden. Gut, dann gehen wir nicht dahin. Noch nicht zumindest. Merken uns... Level 16. Okay. Ja, wir sind wieder hier. An diesem Scheiterhaufen Gedöns. Na gut. Dann nicht, würde ich sagen. Dann kommt das irgendwann anders. Das ist jetzt noch nicht so interessant. Also Level 7 hätte ich mir ja noch zugetraut. Aber gegen Level 16 brauche ich, glaube ich, mit meinem Level 4 nicht so richtig anzustinken. Das ist... ...dann doch ziemlich utopisch, dass wir das schaffen. Nee, nee. Da kümmern wir uns dann andern mal drum. Ja, also dann würde ich sagen... ...werden wir da nicht lang reiten, wo wir es ursprünglich vorhatten. Ich werde mal gleich wieder die Hauptquest aktivieren. Wir werden nicht dieses Fragezeichen uns anschauen. Das ist uns dann doch ein bisschen zu heiß. Und... ...ja, dann galoppieren wir einfach direkt hier. Direkt zur Nilfgaardischen Verbindung hier nach... Wie ist der Ort nochmal? Habe ich wieder vergessen. Das ist mir nämlich sonst... Das ist mir echt viel zu... ...viel zu heftig hier. Ja. Gut. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Eure Miri. Bis dann.